Jolle, du warst genau rum. Hey, das fehlt nicht! Esse! Esse! Willkommen zu einem neuen Video. Das fehlt nicht! Ja, und zwar, wie ihr schon gehört, hat Lukas zu essen und darüber unterhalten wir uns heute. Nein. Wir spielen heute Mauerweil Legends. Essen! Ich habe das Spiel mal auf YouTube gesehen und sah, dass es eigentlich ganz interessant aussah. Habe ich mir gedacht, schnapp ich mir die Lose, spiel mal ein paar Runden. Und aus den paar Runden wurden dann 100. Und dann haben wir uns irgendwann mal beschlossen, nehmen wir doch einfach mal eine Runde auf. Das Resultat war erfressen. Ja, ich darf keine Nullensuppe essen? Pass auf, ich habe immer noch die Macht, ich habe es dir auf der Kruppe zu essen. Auch wenn er noch am Essen ist, ich werde ihn jetzt einfach mal wunderschön und trollmäßig verarschen. Fuck! So, Lukas und ich sind so wie immer die einzigsten Deutschen. Ich mache nichts. Mh! Mh! Ich habe es lecker. Ja, Lukas, pack die Nullensuppe beiseite und pack die Scheiße aus. Hast du gerade Nullensuppe gegessen? Ey, gib Sachen! Ich kriege gerade Nachrichten wahrscheinlich von Daniel und von Free Fire. Ey, das ist da. Ja, gut, aim das 18, tut mir leid. So, ich habe meinen Skin. Logo nimmt was, äh, Logo. So, Logo. Was hast du für... Oh, du hast Hilda genommen. Der Typ nimmt Hilda. Ich nehme irgendeinen Skin. Oder Hero. Hero Skin, keine Ahnung. Ich würde euch jetzt gerne sagen, ähm, um was es in den Spiel geht, aber ich habe selbst keine Ahnung davon. In dem Spiel geht es darum, Terme zu zerstören wie bei, ähm, gleich Royale. Terme zu zerstören wie bei Fortnite? Ne, leider nicht. Ach, schade. Hier Fortnite in 2D oder was? Im Übrigen, es gibt einen Minecraft Pocket Edition Server, da habe ich schon nachgeguckt, wo du quasi, ähm, Fortnite spielst. Was? Du hast da Waffen und kannst Mauern aus Holz bauen. Mauern, Treppen, Stufen. Du kannst da echt alles aus Holz bauen. Also mit dem... Mit dem Sprüchstuhl jetzt heute sagst du. Keine Ahnung. Du hast mich aus der Fassung gebracht, du Wichser. So, meine Ausdrücke sind wieder gut. Ich melde dich. Jaja, melde mich ruhig. Lukas, wenn du mich meldest, weißt du schon, dass ich da mehrere Monate nichts rausbringen darf. Ich darf schon wegen jemandem nicht mal mehr Livestream. Es hat mich irgendein Penner hat mich dort gemeldet und seitdem darf ich nicht mehr Livestream. Die haben mir die Livestream-Funktion genommen. Ansonsten hätte ich jetzt schon längst wieder gestreamt. Okay, ich geb's ihnen. Hier, wenn ich mal wieder von dir geguckt habe, ein neues Video, ne? Hab ich dich mal, ähm, in der Welt angemeldet. Aha. So, ich hab ein Maschinengewehr. Verpiss mich. Ich, die sind's nix. Muhaha, ich bin der Champ, Alter. Lukas geht in der Mitte und drückt scheinbar auf Verstärkung. Oh, da ist aber jemand ganz schön mutig. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal auf der linken Seite. Da ist jemand ziemlich mutig. Warum? Stell, oh, der alleine gegen zwei. Also, wenn der das schafft, Alter, dann Respekt, Digga. Mach's das echt gut. Nein, ist doch nicht. I can handle that. Boom. In your faces, bitch. Nein! Was? Hast du gerade ernsthaft gestorben? Nein, ich bin gestorben. Da hat einer ein Maschinengewehr. Hey, was gehst du weg? Lass mich nicht alleine mit dem Penner. Oh, da greift jemand den mittleren Turm an und... Äh, Fernseh, Fernseh, ich kann höchst den Turm ausmachen. Nein, nein, nein! Nein! Da! Da! Oh, danke. Du hast mich gerade gerettet. Ja, was haben wir? Physischer Angriff oder Bewegung? Ich mach mal Bewegung. Wo denkst du, du gehst? Oh, Alter, let's go hier! Die kleine Pimmelarmee ist am Start. Ich höre die keine. Ich hab den Turm gleich tot, ich hab ihn gleich tot, ich hab ihn gleich tot. Ja, one shot, one kill. Da hast du recht, Digga. Hey, Izzy! Ich will doch mal verleben! BAM, hab sie gekillt, Alda! Hab ich aufgeschaut. Bisschen Liss auf. Where do you think you're going? Ja, man muss nicht. Mist! Okay, es gibt auch Spezialfähigkeiten, wie man hier sieht. Oh, da braucht niemand Hilfe. Hast du gerade die Attacke gerufen? Ganzhaft? Launch Attack! Ach, Lukas, einfach. Ich kann auch Attack gerufen. Ich hab jetzt am Spawn Attack gerufen. Launch Attack! Yes, I'm coming, bitches! Oh! Hilfe, Hilfe! Warte, ich muss gerade einen 50 Kilometer Marsch zurücklegen. Hilfe! Brauche Hilfe! 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 Das sieht so dämlich aus, Alter! Au! Leckmilch, au! Alter, du bist eine Wikingerin. Mach die fertig! Ja, ich hab noch einen HP, aber auch egal. Scheiß drauf! Hilfe, au! Au! Leckmilch! Oh, du bist tot. So, wir zerstören jetzt den nächsten Turm, vermutlich mal stark. Okay, Lukas, da wo du hingehst, müsstest du auf zwei Gegner treffen. Und beide ist es gehittet. Hast du ja ernsthaft schon getroffen? Neben dir. Allo, der Tod hat mich umgebracht. Da kommt noch einer. Alli hat sich geflogen. Da kommt noch einer. Hä, hat er gerade jemand gesagt, ich muss? Nein, der hat, glaub ich, gesagt, I believe you oder so. I believe you, Paul! Hey! Den hab ich schon gebraucht. Ich hab dann geflogen. Okay, Lukas, ähm, das Problem ist jetzt, dass die jetzt von rechts mit aller Gewalt kommen. Da sind jetzt, glaub ich, zwei, drei Leute, die jetzt von rechts kommen. Das heißt, links, entweder links oder in der Mitte, ist niemand. Das heißt, ich geh jetzt einfach mal nach links und probier mein Glück. Da komm mit. Ich probier jetzt einfach mal mein Glück. Aber lass die Runde mal so schnell, wie es geht, zur Runde bringen. Der bist du. Da ist jemand! Lukas, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Hilfe! Okay, war schon mit dir. Warte mal. Drei rechts, zwei links. Die Mitte ist frei. Nimm die Mitte. Du hast mich zugehört. Achso, du bist tot. Hast du mich zugehört? Nein. Du weißt, ich hör dir nicht zu. Ey, guck mal. Da schlägt sich aber jemand ganz schön heftig gegen die. Oder die greifen den Tor an. Alle Fressen. Aber irgendwer muss jetzt mal zum Tor gehen. Ja, ja. Los, Lukas, mach dich fertig. Ich kümmer mich um die kleinen Puppel. Ich kümmer mich um die kleinen Puppel. Ich sollte mal meine Leben aufbessern. Das Problem ist bloß, dass es bei mir nicht funktioniert. Ich kümmer mich um die kleinen Puppel. Ich kümmer mich um die kleinen Puppel. Ich habe mir hier echt den beschissenen Skin. Oh. Der ist zwar gut gegen die Türme, aber mehr auch nicht. Scheiße. Ich vermute, stark wir verlieren diese Runde. Ich sehe es. Ich bin in fünf Sekunden da. Ich bin in fünf Sekunden da. Ich bin in fünf Sekunden da. Ich bin in fünf Sekunde. Ich bin in fünf Sekunden da. Oh, unser Tor ist tot. Deine. Was? Was tun du denn? Ich schieß ins nichts. Ich mach Zielübungen. Lukas, stell dich vor mir. Ich muss zielen. Versuchst du gerade uns den Turm zu zerstören? Hier komm kriegst du einen Fall in den Arsch Das gefällt dir doch Lukas nein das gefällt dir Oh! Los Lukas! Nein! Ich bin 20 Sekunden wieder da Ach du scheiße ich bin weg ich bin nein ich bin weg ich bin tot Ach du scheiße Ich bin 20 Sekunden wieder da Ja ich auch Oh Alter jetzt kommen sie sogar zu dritt die Feiglinge Ja wenn der Turret ist unter attack Wann bist du da? Schaffste schaffste Einer ist abgehauen Drei Zwei Eins Ich bin wieder tot Ich auch mit ein Hä? Ist dir gerade was aufgefallen? Das war dieser One Hit Kill Mord Ich kenn diesen Mord ich hab den auch gut gesehen Hacker! Ja also das ist wie hieß denn der Typ? Egal ich melde einfach jeden Alter Der hat einen Hacker im Team Das ist unfair Okay wer denn Wär denn unser Team gewesen hätt's mich nicht gestört So und das haben alle eigentlich recht gut gespielt Nein Wieso liken? Also ich lag jetzt einfach nur die aus meiner Gruppe und den Rest und die aus den anderen tue ich bannen weil ich keine Ahnung hab also melden Wenn der Lecce er legt das gerade noch Ja ja das dauert jetzt noch ein bisschen aching Was habe ich denn ein Like gegeben? Äh, keine Ahnung. Es lebt. Kann ich tun. So, ich habe jetzt jeden ein Like verpasst. Das geht mir nicht. Ja, hab's kein Verdienen. Doch, habt ihr auch reingegeben. Okay, ich kann die leider nicht mehr, ansonsten pausier ich die Aufnahme. Machst du das mal für mich. Wo heißt hier melden? Also, äh, hier. Using Cheating. Und Confirm. Das war's. Ja, das war der Hacker. Dann House Tab. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Und Return. Ja, Leute, wenn es das Video wäre, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, Abo. Und ja, schaut auch mal bei einem nächsten Mal vorbei. Ich hoffe, dass wir sehen uns. Ciao.